Willkommen zu einem weiteren Video. Heute lernen wir G7. G7 ist ein ganz einfacher Akkord, braucht man nicht oft, aber ab und zu ist er auch sinnvoll. Zeigefinger hier hin, dann legen wir den Mittelfinger hier hin und hier. Fast so ähnlich tatsächlich wie das C. Zeigefinger erster Bund, dann Mittelfinger, dann der Mittelfinger kommt auf den vorletzten Bund und dann ganz oben. Und wir spielen tatsächlich wieder alle Seiten an. 3, 4, 1. Also das war's. Bis zum nächsten Mal und tschau. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14,